Hallo zusammen, hier ist wieder heutzutage, wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was ein bisschen tricky ist, zumindest war es bei mir so der Fall. Wir haben nämlich ein Toy, das ihr direkt in die Toybox mit den meisten Charakteren lernt, und zwar Tess Friedensblume. Und das könnt ihr tatsächlich nur mit einem Walk benutzen. Ich kann euch das bei meinem Main hier mal zeigen. Also es steht dran, Volk, Walk. Und hier bin ich auf meinem Walken-Char, da könnt ihr es dann tatsächlich auch benutzen. Wo kriegen wir das Ding her? Naja, ihr müsst einfach ein Achievement abschließen, und zwar Rückeroberung von Gilneas. Und das macht ihr, indem ihr hier in Waldracken, in dem Hauptgebäude, im Sitz der Aspekte, einmal mit der Dame sprecht und dann macht ihr eine Questreihe, die geht so eine Viertelstunde, 20 Minuten maximal. Da müsst ihr einfach nach Gilneas, wenn ihr als Allianz an ASW geht und mit Graumene sprecht, auch hingeflogen. Und wenn ihr diese Quest komplett beendet habt, gibt es einmal das Achievement, und dann könnt ihr, wenn ihr ausloggt und wieder einloggt, habt ihr dann einfach diese Friedensblume in der Toybox. Also ich kriege kein Item, was ihr lernen müsst, deswegen war ich ein bisschen verwirrt tatsächlich, ich habe es immer gesucht, aber es ist direkt in der Toybox. Und mir wird gesagt, wenn ihr die Questreihe mit dem Walk macht, dann habt ihr ganz am Ende, steht ihr mit Graumene an einem Grab, und da könnt ihr es anscheinend dann anklicken. Mit allen anderen Völkern könnt ihr es halt nicht anklicken und kriegt es nach einem Relog halt ins Inventar, oder nicht ins Inventar, aber in die Toybox herum. Genau. Und ja, also ein bisschen verwirrend, wie man es kriegt, aber wenn ihr es dann habt, können wir es auch benutzen mit einem Walk, und das macht folgendes, bringt euch heim nach Gilneas, und das benutzen wir jetzt mal. Und ich vermute, es ist einfach halt ein zusätzlicher Port, only für Worgen. Schauen wir mal, ob wir wirklich nach Gilneas kommen. Ja, es kommen Ladebalken. Und wir sind einmal in den Ruinen von Gilneas. Ja, gut, mir ist es tatsächlich nett. Ist eine nette Sache, heißt, wenn ihr mit einem Worgen-Charakter spielt und irgendwas hier oben erledigen wollt, dann habt ihr jetzt einen kleinen Shortcut. Gut, damit sind wir auch durch. Ich zeige jetzt mal noch kurz den Spot, wenn wir eh hier sind, wo ihr es dann, wenn ihr in Worgen-Char seid, looten könnt. Das müsst irgendwo hier an dem Grab mal dran sein. Ach, seht ihr, da kann ich es sogar direkt looten. Jetzt habe ich es tatsächlich auch im Inventar mit dem Char und kann es aber jetzt für 100 Gold verkaufen. Uh, easy money hier, ich sage es euch. Gut, damit sind wir dann durch mit dem kleinen Toy Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.